Hallo und herzlich Willkommen zu Quiz 2 Let's Play 235. Ich habe hier sieben Spiele offen und ich fange an mit der Herausforderung von Werk Girl. Bücher und Wörter suche ich mir aus. Wie heißt ein Buch von Jonathan Swift über einen Medizinstudenten, der auf seiner Reise nach Ostindien an vier besonderen Orten schiffbrüchig wird? Auf welcher Sage basiert der Fantasy-Roman Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer-Bretley? Welcher Autor verfasste Lausbubengeschichten mit einem stark mundartlichen Dialekt? Jetzt kommt Katja Nakivaki. Welche deutsche Partei kann bei der Bundestagswahl 13 erstmals in ihrer Geschichte nicht in den Bundestag? Wann starb Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond? 2009 wurde die Pfeif-Sprache El Silbo in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen. Wo wird diese praktiziert? Essen und Trinken Welche der folgenden Alternativen ist kein Energy-Drink? Aus welcher deutschen Region stammt das Erfrischungsgetränk Bionade? Wie lautet das englische Wort für einen süßen Muffin mit Zuckerguss und Cremehaube? Jetzt Peppermint und Symbol Was gehört nicht in einen klassischen Spätzle-Teig? Auch blauer Engel genannt. Wie heißt diese Sorte in Eisdielen häufig? In welchem Land feiert man nur Ruts, wobei sieben spezielle Gerichte, die alle mit Ess beginnen, zu berettet werden sollen? Im Labor Worauf ist es zurückzuführen, dass alle Planeten eine Kugelform haben? Wie heißt dieses Laborgerät? In welcher Einheit wird der Lichtstrom gemessen? Jetzt Goethe Draußen im Grünen Wie heißen die Jungtiere der Pferde? Was ist ein Bonobo? Welchem dieser Vögel kann man Melodien beibringen? Jetzt geht's weiter mit 666 Jahren Bücher und Wörter Von wem stammt eine Tetralogie, die unter dem Namen Neapolitanische Saga bekannt ist? Wohin geht ein Schweizer am ehesten, wenn er zutten will? Welcher der folgenden Schriftsteller ist dafür bekannt, persönlich nicht bekannt sein zu wollen? Rund um die Welt Rund um die Welt Was ist die Hauptstadt von Vietnam? Wie heißt der größte auslässlich in der Schweiz liegende See? Über welchen See erhebt sich der Alpenberg Watzmann? Jetzt ist der nächste Guetu Comics Wie heißt das Heimatland von Prinz Eisenherz? Zu welchem Superhelden ist Venom der Antagonist? Welcher der folgenden ist ein Leutnant im Comic-Beatle Bailey? Medienunterhaltung Mit 17 Jahren wanderte Elon Musk nach Nordamerika aus, wo wuchs er auf? In welchem amerikanischen TV-Programm folgt man einer Reihe von Teams, die versuchen, einmal um die Welt zu reisen? Der Begriff Mem, Englisch Meme, wird manchmal für ein sich schnell verbreitendes Phänomen im Internet verwendet. Wer prägte das Wort im Jahr 1976? Jetzt kommt Esaline 33 2000er Mit welcher Form von Protest erregte die letzte Generation 2022 deutsche Gemüter? Weshalb waren die Städte Passau und Grimma im Juni 2013 in den Schlagzeilen? Den wievielten Geburtstag feierte der Musikwettbewerb Jugend musiziert im Jahr 2013? TV-Serien Ich probiere es, weil das andere kann ich nicht. Wie heißt die Mutter von Homer Simpson in die Simpsons? Welcher Sitcom-Charakter wohnt in Chicago? Wie heißt die Serie, in der Oscar-Gewinnerin Anna Paquin die Hauptrolle spielt? Jetzt noch Jesse 84, 7, 23 Glaubt Religion, wie viele verschiedene Plagen gab es in Ägypten, bevor Moses das israelische Volk befreite? Zweites Buch Mose Wie heißt die Sekte, in der rund 900 Mitglieder im Jahr 1978 Massenselbstmord begingen? Wer war der erste Mörder in der Bibel? Draußen im Grünen Was gehört nicht zur Familie der Rosengewächse? Was ist ein Rhodesian Ridgeback? Welche dieser Spinnenarten gibt es wirklich? so und wie ihr seht war es das jetzt mal wieder für den moment vielen dank fürs zusehen und bis bald tschüss